Ich habe einfach gehofft, dass der Lauf reicht. Also, dass mein Lauf reicht. Ich wusste, dass ich da bei Tor 12 schon nochmal so zwei Sekunden habe liegen lassen. Der Rest war aber top. Und dann hofft man halt einfach einmal, dass die anderen es vielleicht auch schwierig haben. Ich war einfach nur erleichtert und zufrieden und glücklich. Und ich wusste halt einfach, jetzt geht es nach Paris. Ich weiß zwar noch nicht, was das bedeutet, aber das ist erstmal egal. Es ist so verrückt und meine ganze Familie ist hier und ich kann das zusammen mit meinem Papa erleben. Und meine Schwester hat die ganze Zeit so mitgefiebert. Ich hoffe, dass sie sich jetzt noch auf ihr Rennen konzentrieren kann. Und da stehen einfach so viele Emotionen von so vielen Leuten dahinter. Und das habe ich halt einfach die ganzen Wochen über jetzt auch gespürt. Ganz viel Liebe und Dankbarkeit für die Menschen um mich herum. Und ich glaube, das hat mir am Ende einfach noch die Kraft gegeben. Danke. Deinem. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020